Red Bull hat im Qualifying eine gute Leistung gezeigt und Daniel Ricciardo startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Verstappen, Valtteri Bottas und Rai Köhnen. Alonso, Vettel, Ein Williams und Kevin Magnussen. Button, Grosjean, Esteban Gutierrez und Palmer. Quert, Sainz Junior, Sergio Perez und Nico Hülkenberg. Berlein und Hayanto. Markus Eriksson und Philippe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Platz 9 hier nur beim großen Preis der USA. Und damit begrüßt ihr euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2016 bei der Profikarriere. Ja, die Teamstrategie ist doch relativ eindeutig hier. Das habe ich ja schon mir fast gedacht. Wir sollen hier eine sogenannte, ja, Zwei-Stops-Strategie fahren. Und das verstehe ich leider nicht so ganz. Warum ist die Strategie deutlich langsamer als die, die da oben ist? Wir nehmen auf jeden Fall weniger Benzin mit, denn wir können hier auf jeden Fall Benzin sparen. Kurz knapp auf den Punkt gebracht, so wie das mittlerweile bei mir ja standardmäßig ist. Die Einflugungsrunde. Ja, P9, Alonso vor uns und Vettel neben uns. Und Vettel wird auch das große Thema sein. Funktioniert und das Getriebe reagiert normal. Vergiss nicht die Reifen und Bremsen aufzuwärmen. Tu das während dieser Runde. Und mal schauen, ob wir schon am Skat direkt was gut machen können. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfreund entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Schrenges abkürzend auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Ein ganz, ganz großes. Gerade die USA und Mexiko wird auch noch kommen. Mit dem großen, großen Problem. Da bin ich mir auf jeden Fall jetzt schon ziemlich sicher. Auf jeden Fall müssen wir hier durchkommen. Ich rechne mit zwei Zeitschrafen. Also mit sechs Sekunden, die ich hier rausfahren muss. Wenn nicht sogar mehr. Weil die letzte Aufnahme ist jetzt schon einige Zeit her. Und die wirkliche Übung habe ich dann leider auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange liegt die letzte Aufnahme zurück. Boah. Also am Wochenende definitiv nicht. Vier, fünf Wochen, fünf Tage. Ja, Woche nicht Tage. Auf jeden Fall fast eine Woche. Und das merkt man dann leider doch schon richtig. Auch ich als, ja, Profi in der Szene. Merkt man das dann auf jeden Fall an. Sebastian Vettel, das Thema. Keine weiteren Strafen für den Deutschen. Er musste sich nur öffentlich entschuldigen für den Ramschkos. Gegenlöser mitten in Baku. Da können wir dann auch ein paar Takte, ja, verlieren drüber. Heimann, die Skatte von der 2. Rosberg von der 3. Er mit mit 27 Punkten Rückschland auf uns in der WM. Rosberg 38. Also eine Rennsieg habe ich quasi free. Aber vielleicht passiert ja hier was. Man weiß es ja nicht. Rennstrategie. Also in Runde 12 sollen wir rein. Das Problem hier an der Schrecke ist, man sieht die Schaltepunkte nicht in dieser Ansicht. Oder wenn, dann nur ganz, ganz schwer. Also es ist auf jeden Fall schwierig hier, meiner Meinung nach, mit diesem Falshockey die Schaltepunkte zu treffen. Die ersten Runden, wenn wir jetzt so reinkommen sollen, oder wenn wir mal sehen, wie Mercedes hier wegfahren wird. Aber da gehe ich schon mal stark von aus. Auch wenn Daniel Bickello von der Polen startet. Mich würde es freuen, wenn Daniel das gewinnt und Max Verstappen auf der 2 ist. Das ursprüngliche Ziel vom Team ist Fünfter zu werden. Mein Ziel ist Sechster. Also ich will die beiden, ja, Ferrari schon hinter mir lassen und den McLaren auch. Also Sechsterplatz ist schon fast Pflicht. Oder ist Pflicht. Alles da drüber ist quasi, ja, Bonus. Ja, weil mehr sehe ich mich ja auch nicht. Zumal hier man sehr leicht abkürzen kann. Und das kommt mir ja gar nicht entgegen. So, die Ampel geht dann gleich mal bitte an. Jawohl, die Ampel geht auch an. Ampel ist an. Lichter sehr schnell aus. Der Ferrari kam gut weg. Der Verstappen skandt da schon ein bisschen. So, wo ist der Scheitelpunkt? Da. Bottas neben uns. Oh, der Magnussen. Super. Der steht erstmal als Blockade dazwischen uns und vielen. Wo war jetzt der Punkt zum Einlenken? Ja, das meine ich damit. Das sieht man auf dieser Strecke in meinen Augen nämlich ganz, ganz schwer. Ja, sobald, wenn man hinter jemanden herfährt. Also. Ich glaube, Ricciardo hat die Führung verteidigen können. Glaube ich zumindest. Jetzt mal schauen, wie ich hier mithalten kann. Ja. Daniel Ricciardo auf der 1. Davon hat sich nichts geändert. Auto jetzt schon sehr unruhig. Fahr rein hinter mir. Magnussen liegt hinter dir. Stratos Konkurrent. Der Abstand beträgt 1,9 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Okay, also unser rivale Hamilton mit Supersoft unterwegs. Boah, ist das ungewohnt zu fahren. Zum Beispiel, wenn ich mich erstmal hier an das Umschalten wieder gewöhnen muss. Und an die Bremse auch. Auto sehr instabil. Für meine Verhältnisse. Hier geht's sogar noch. Man sieht schon gleich, Bottas kann das Tempo da vorne nicht mitgehen. Fahr rein hinter mir. Okay. Jetzt liegt ein Haas hinter mir. Ricciardo führt nach der 1. Runde. Das ist gut. Und ich hoffe, dass er da auch bleibt. Gut, ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass ich den Bottas vor mir habe. Kann ich mich so ein bisschen an seiner Fahrlinie orientieren. Die meiner nicht so wirklich entspricht. Gerade nicht bei den S. Keine Verwarnung. Okay. Wie gnädig ist das Spiel noch? Eigentlich nicht gnädig. Ja, schön für das Team. Ohpala. Wegen Ausgang muss ich mir hier eigentlich hoffentlich keine Gedanken machen. Wenn, dann nur wegen dem Eingang. Dass ich da vielleicht was bekommen könnte. Grosjeor legt ein gutes Tempo vor. Kann gut folgen. Meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass da Rosberg Druck macht. Ricciardo kann sich absetzen. Finde ich gut. Das finde ich gut in den ersten Runden. Ja. Ricciardo kann sich absetzen. Und ich bleibe an Bottas dran. Auch nicht unwichtig. Aber der hilft mir auf jeden Fall schon vor mir zu fahren. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Brauche ich wohl gegen meinen Teamkollegen nicht. Ja, vorbei an meinem Teamkollegen. Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,0 Sekunden. Du fährst pro Runde um ein Zehntler zurück. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,5. Okay. 41,5. Aktuell fange ich jetzt schon an, Benzin zu sparen. Rennpest scheint super zu sein. Fahrer hinter mir. Wenn ich mich von Bottas absetzen kann, wundert mich. 41,8. Okay. Vom Teamkollegen. Meine Problemkurve. Kurve 19. Fahrer. Fahrer. Ja, habe ich jetzt was aufgehört oder nicht? Fahrer vor mir. Okay. 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 Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,3. Gabe irgendwo hinter uns. Ah, meine schlimmste Schelle da oben. Du solltest vielleicht auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel. Wir kommen schon ins Ziel. Okay. Auf die Ferraris haben wir schon einen guten Vorsprung. Da vorne, die soll sich mal ein bisschen attackieren. Jawohl, tun sie auch. Oder es wird angedeutet. Skatos Konkurrent. Los der Zeit auf B2. Der Anstand beträgt 2,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Superweichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,4. Die letzte Runde. Okay. Die Zeit der letzten Runde war 1 Minute 41,1. Okay. 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 Hammond geht nicht so unbedingt das Tempo mit. Fahr rein hinter mir. Das ist Valtteri hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Superweichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,2. 42,1. Valtteri im Rennen doch deutlich langsamer. Also zum Qualifien. Danke für den Leck. PC. Den habe ich leider gespürt. Einer Stelle, wo ich ihn leider nicht gebrauchen kann. Ja, aber auch nur da. Team zieht es übrigens Zipter zu werden. Okay. Das ist jetzt kein großes Ziel. Rosberg wird ungeduldig. Finde ich gut. Weil jetzt bin ich dran. Ah, die Schreitgruppe hier. Ja, muss ich kurz die Lenkung aufmachen. So, DAS haben zwar alle. So, das klassische Unterschreuern. Fair war das auf jeden Fall nicht. Fahrer vor mir. Oh, die haben das schon sehr früh gebremst. Für meine Verhältnisse zumindest. Ja, und die Spiegeräusche ist ein Rhythmus da durch raus. Weil, boah, das ist es auch dran. Fahrer vor mir. Rosberg liegt vor mir. Okay. Die Rhythmus da vor uns beträgt 2,2 Sekunden. Du hast pro Runde 8 Sehntel auf 8 Sehntel. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,5. Und jetzt haben wir natürlich die ganze Bande hinter mir kleben. Gut, das Manöver war nicht fair. Da gibt es nichts zu diskutieren. Vorbei ist vorbei. Aber Hamilton war auch einfach sehr langsam. Das Rostberg war da schon vorbei. Kommt mir alles nur entgegen mit Reden. Der Riquiado auch da vorne. Und Rostberg. Ich wusste es ja nicht. Ich habe auch gedacht, dass wir Rostberg daneben. Oder knapp vor dem jungen Holländer verstoppen. Ich habe jetzt zum Beispiel Hamilton-Wels vor mir. Nein. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Eigentlich mich jetzt abzusetzen von Verstappen ist jetzt nicht so vorteilhaft. Und Bottas kann das Tempo nicht mitgehen. Was wir hier anschlagen. Der Muschel wieder leicht abreißen lassen. Problematisch sind noch nicht die Hinterräder, sondern die Vorderräder. Auch Rostberg nicht schnell unterwegs. Rostberg nicht schnell unterwegs im Rennen. Fährt auch nicht unbedingt weg. Oder mit anderen Worten ausgedrückt. In wer bin ich jetzt besser im Rennen. Als im Qualifying. Was mich nicht wundern würde. Fahrer vor mir. Rostberg vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. Geholst pro Runde 4 Ziele auf. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,9. Rostberg schaltet aus. Damit sind die WM-Träume da weg. Fahrer vor mir. Der ist weg. Okay, Zeit, letzte Runde. Das wollte ich nicht wissen. Zeit, letzte Runde. Okay, die Zeit der letzten Runde war 1,41,3. Skardos Konkurrent. Luis ist momentan auf P4. Der Unterschied beträgt 1,1 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,3. Skardos Team, Kollege. Valtteri ist gerade auf P5. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,3 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,7. Virtuelles Safety Car-Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC... Ja, das ist nicht folterhaft für mich. Ja, war klar. Das war jetzt zum Nachteil, weil jetzt hat Verstappen kein DRS mehr von mir. Es ist nicht unbedingt folterhaft, was ich da jetzt gemacht habe. Auf jeden Fall, ich treffe den Scheitelpunkt. Das ist ja gut. Boah, ich habe jetzt gar keinen Rhythmus wieder. USA-Cockpit grauenhaft. Leider. Du siehst fast keinen richtig guten Schaltepunkt. Ich habe kaum ein Gefühl für die Strecke. Klar, Virtuell Safety Car wegen Nico Rosberg. Kann ich vollkommen verstehen. Aber ich bin mit dem Tempo sehr zufrieden. Gut. USA-Cockpit wäre mir ein bisschen lieber gewesen. Wenn er ausgeschieden wäre. Bei der wird Druck machen von hinten. Ist doch schon vorbei. An Max Verstappen. Gut, damit muss ich mich eigentlich mit Hamilton am meisten duelieren hier. Wetterbericht. Gucken, ob Verstappen vielleicht auch wieder kontern kann. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Hamilton an der Box. Was fällt denn der Schöweer für eine Strategie? Skatus Konkurrent. Lewis im Moment auf P7. Der Unterschied beträgt 2,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen super weichen Reifen. Wir verboten, dass wir heute eine Stop haben. Der will einen Undercut machen. P7. Gut, jetzt haben wir noch nicht fertig mit dem Stopp. Okay, bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für den Finish reichen. Du solltest die Mischung herunterschalten. Chef, lass mich nochmal machen. Kümmer du dich mal um deinen Kram. Rennstrategie. Unsere Strategie sieht noch 2 Boxenstops vor. Noch 2 geplante Boxenstops. Da ein Boxenstoppfenster öffnet sich übernächste Runde. Okay. Reifen sehen auch super aus. Skatus Konkurrent. Lewis im Moment auf P7. Der Abstand beträgt 20,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen super weichen Reifen. Wir verboten, dass wir noch einen Stopp haben. Okay. Dann hat er doch nicht so viel verloren. Bei diesem Boxenstopp. Zeit, letzte Runde. Okay, die letzte Runde lag bei 1 Minute 41,8. Mein Problem wird wieder zum Schluss sein. Die, ähm... Soft-Reifen. Auf denen ich keinen Grip habe. Und keine Speed. Das werde ich spüren. Gegen die Konkurrenz. Fahrer hinter mir. Verstappen hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Sie fahren mit alten super weichen Reifen. Wir verbunden, dass Sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,8. Okay. 1,41,8. Gut, Hamilton wird jetzt brettern. Wie sonst was. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ihr wisst ja, ich traue der Wettervorhersage nicht. Zeit, letzte Runde. Okay, die letzte Runde lag bei 1,41,8. Also man wird nicht... langsamer. Oder nicht groß langsamer. Aber Hammett... Oh, Hammertime. Und zwar richtiger Hammertime. Fast zwei Sekunden ist der neue Reifen hier schneller. Fahrer vor mir. Du bist auf dem ersten Platz und fühlst das Felder. Okay, dann ist... Ich hatte auch abgebogen. Ich hatte das Teamkollege. Valtteri gerade auf G3. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Superweichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,4. Der wäre nur 42,4. Also im Rennen, da fehlt dann wieder einiges. Und zwar 6 Zehntel. Ja, ja, ja. Auch wenn der Reifen nicht durch ist. Bei allem Verscheiß ist es ja absolut kein Thema. Endlich mal. Das heißt, wir können mal im Limit fahren. So, Box. Der Red Bull kommt auch gleich rein. Okay, der D-Box ist vor uns. Super. Super. Aber bitte doch. Das müsste Ricciardo gewesen sein. Und da kommt Hamilton. Ja, jetzt trifft den Schaltepunkt, ey. Fahrer vor mir. Ja, deutlich. Der will es jetzt wissen. Der war direkt hinter uns. Entschuldige euch mal an, wo der jetzt ist. Ich glaube, ich habe das da überhaupt hinter mir halten können. Okay, Benz. Den brauche ich eigentlich nicht mehr sparen. Mein Helmet wurde auch nicht aufgehalten. Also er hat ja echt freie Fahrt. Fahrer vor mir. Das Grip-Niveau ist jetzt deutlich besser. Ziemkollegierter in der Box. Okay, den muss ich hier schlagen. Also so gesehen ist Platz 4 das Minimum. Ja, der fährt ja jetzt erst weiter. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Okay. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,1 Sekunden. Der Andercut von Hammett ging richtig auf. Ja, deutlich ging der auf. Der ist ja hinten schon. Und dann fahren wir vorbei. Sprichwörtlich. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,7 Sekunden. Sie fahren mit neuen super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,7. Das Auto macht da komisch Sachen. Bei dieser Bodenwelle. Zweite Verwarnung. Okay. Wahrscheinlich der, der, äh, Verwarnung da schuldig. Aber gut, zwei Zeitschrauben muss ich sowieso einkalkulieren. Da lege ich mich fest. Oh mein Gott. Ich treffe hier aber auch echt keine Scheitepunkte. Großes Problem. Ja, der kann doch da vorne bleiben. Der darf auch gerne da vorne bleiben. Da hat der vorne volle Erlaubnis für. Klar, die eine Verwarnung werde ich nicht rumherum kommen. Die wird irgendwann eintreten. Mein Tempo auf den Softs, das wird entscheidend sein. Gegen meinen Teamkollegen. Fahrer vor mir. Hamilton liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,2 Sekunden. Du holst pro Runde eine Ziertel auf. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir verboten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,40,3. Okay, dann fahre ich 40,2. Das brauche ich jetzt mal nicht hinterfragen. Da wird mir auch immer das Heck kommen. Fahrer hinter mir. Weich, okay. Der fährt soft. Das bedeutet, man muss sich eigentlich nicht absetzen können. Da ich werde auch zweimal soft, kann auch sein. Machen die World Puts auch sehr gerne. Aktuell will ich auf Hamilton 3 Punkte verlieren. Das wird weniger, als das ich rechne. Oder mit dem ich rechne. Ja, wieder einen Scheidepunkt nicht erwischt. Kostet wieder 2 Zehnte. Aber fest abfällt mir auch nur auf den Soft. Jetzt würde mich mal gerne noch Daniel interessieren, da vorne. Jo, danke. Kann dich nicht verhindern hier. Das ist nicht möglich. Wetterbericht. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnen wird. Das Wetter sollte trotten bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Schade. Regen würde ich mir echt wünschen. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Du hast elf Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Gut, die Zeitstrafe habe ich schon kalkuliert. Das ist ja nicht das Problem. Ich karte das Teamkollege. Zeit, letzte Runde. Der fährt schneller als ich. Da muss ich mir Gedanken machen. Zeit, letzte Runde. Keine Pace. Im zweiten Stint. Kein Rhythmus irgendwie auch. Immer so kleine Lacks mittlerweile. Also die ich spüre. Auch hier zu früh gebremst. Jetzt kommen die kleinen Fehler, die sich halt addieren. Gut, der sechste Platz ist weit weg. Ich kann eigentlich nur von Ausfällen oder Zweikämpfen hier vorne profizieren. Wo Hasbeck auf jeden Fall zufriedenstellend ist die Speed, die ich mit Hamilton mitgehen kann. Auf den weißen Reifen. Fahr rein hinter mir. Verstoppen hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,1 Sekunden. Sie fahren mit neun Weichenreifen. Wir verboten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,5. Der Fäder ist auf den Soft. Wohlgemerkt. Seit letzt... Oh, da müssen wir was sagen. Da kommt dann wieder nichts. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 5,8 Sekunden. Oh oh. Seit letzter Runden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,40,4. Mir gefällt nicht, wo Ricciardo nur ist. Ach, der ist nicht einen Gang runtergeschaltet. Ich dachte schon, warum unterscheuert der Wagen so ganz leicht. Oh. Nein, du sollst jetzt nicht verschkellen. Also heute passieren echt blöde kleine Anfängerfehler. Ja, die Frage ist, wie lange. Wie gesagt, Rosberg ist raus aus der WM. Mit dem Ausfall hier auf jeden Fall. Wenn Hamilton ausschaut, ist das die halbe Miete. Da muss ich Brasilien noch gut rumkriegen. Weil danach sind es nur noch drei Rennen. Wenn wir jetzt hier noch circa, ja... Gehen wir mal von 10 Punkten aus. Dann hat Rosberg eigentlich schon zwei Rennsieger-Rückstand. Also 48. Und damit ist der WM-Traum geplatzt für Rosberg. Und die müsste auch vermitteln sitzen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,3 Sekunden. Ja, nur der Fricciador, ich seh's. Wo war jetzt der Schaltepunkt? Skalos Teamkollege. Zeit, letzte Runde. Bonjour, zum Rennen. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Okay, das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Wir halten das Delta genau im Auge. Und halten es unbedingt positiv. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Wir sind in Runde 20, okay. Okay. Ja, das macht schon Sinn. Auf Medium reicht das nicht. Das ist quasi ein Freilos. Für einen Boxenstopp. Ich hab zwei Softs. Ja. Ich hab aber keinen frischen Zweiten mehr. Hamilton biegt ab. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Und Paris ist auch aus dem Rennen. Okay. Ich glaub, bei Hamilton zieht man rot auf. Fertig. Los jetzt. Wir verlieren nicht zu viel. Ah, Botter ist dahinter. Rennstrategie. Fahrer vor mir. Okay. Der Abstand zum Vordermann beträgt 1,7 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten. 5,5. Okay, ein Botters muss ich vorbei. Nehmen wir mal den Poller mit. Ich glaub, jetzt kann man sowieso keine Verwarnung bekommen. Also für Hamilton ist es ein geiles Konkurrent. Louis auf P3. Der Abstand beträgt 2,6 Sekunden. Sie fahren mit neuen, super weichen Reifen. Okay. Ja, das vermute ich auch. Aber der wird richtig angasen da vorne. Spielt Helmen auch wieder sehr gut in die Karten. So, dann sind wir wieder dran. Ein Sauberbieg da ab. Da hab ich mal kurz nicht nach vorne geguckt. Also, konzentrationsfähig bin ich echt weg heute. Aktuell P5. Fahr mit dem P3. Fahr rein hinter mir. Die letzte Rundenzeit interessiert mich eigentlich jetzt nicht. Gut, Ricciardo und Verstappen auf 1 und 2. Ja, okay. Hier ist was passiert. Da liegt ein Frontflügelteil. Mit Roman Grosjean. Vielleicht kann Bottas den Helmeten attackieren. Ich glaub da nicht dran. Also, der ist auf jeden Fall schneller, der Helmeten. Der wird auch schneller, als die beiden Jungs da vorne sein. Neue Supersofts. Der Ferrari ist schon da. Runde 20 sind wir übrigens schon. Also, schon fast die Halbzeit. Das Thema Fette, das greife ich dann wieder beim Training ab. Und zwar von Mexiko. Aber gut, meine Konstruktion ist doch vielleicht deswegen ein bisschen am Arsch heute. Weil, 8 Stunden gearbeitet. Normaler Schlafrhythmus. Jetzt haben wir halb 12. Und heute Morgen hab ich auch schon was drauf genommen. Also, momentan, ja. Puff war richtig, richtig viel. Aber, da ich euch jetzt nicht in der Safety-Car-Phase was groß erzählen möchte, springen wir doch einfach mal zurück. Restart. So, Safety-Car kommt in dieser Runde rein. Daniel Ricciardo bestimmt das Tempo. Verstappen 2, Helmeten 3, Bottas 4, wir 5. Wir haben neue Reifen. Bottas hat alte Reifen drauf. Abfahren besteunigt die KI hier. Das ist die große Preisfrage. Okay, mitten in der Kurve. Ein paar Informationen zu Reikön. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Jo, man sieht's, dass das Problem gravierend ist. Ich glaube, ist der nächste Topf war eigentlich weg. Okay, die Softs haben weniger Grip. Hamilton wird ungeduldig. Und ich auch. Fahr rein hinter mir. Hamilton kam nicht vorbei. Grip ist deutlich weniger. Grip ist deutlich weniger. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung greifahren. Aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Also, ich könnte auch schneller als Bottas. Und Hamilton beißt sich dann noch die Zähne aus. Das Problem, was Hermann hat, er muss da irgendwann mal vorbei. Hier war die nicht so viel Zeit. Jetzt wäre mal super, einen Angriff zu setzen gegen Bottas. So, und der Angriff ist auch gekommen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. So, Hermann tut sich jetzt schwer. Okay, in den Kurve habe ich deutlich mehr Grip, als ich möchte. Zeit, letzte Runde. Genauso schnell wie mir auf den Supersoft. Okay, da darf ich es so abkürzen. Alles klar. Da ist auch jedes Mal mein Hack-Inch-Kabir. Kein DRS. Aber die da vorne müssten sich gegenseitig unterstützen. Ja, so ist es auch. Verstappt greift seinen Teamkollegen Ricciardo an. Und Hermann steht auch quer. Verstappen ist mit der Flucht nach vorne. Verstappen ist gerade auf die Spitzenposition gefahren. Okay, du bist deinem Vordermann um weniger als eine Sekunde auf den Fersen. Mach dich bereit, mit DRS zu überholen. Herbert, du schaffst es nicht. Nein, das ist schön, hinter DR zu fahren. Aber Verstappen ist auch der Schnellere. Oder was ich hier auf der Bremse gut mache. Und verliere wieder alles am Ausgang. Ja, Hermann greift an. Der ist auch auf Soft unterwegs. Aktuell fahre ich wieder einen Scheiß zusammen. Teamkollegen an der Box, okay. Der will natürlich durchfahren. Ne, ich bin zufrieden mit der Strategieänderung. Ich sehe das. Hier verliere ich immer zu viel Zeit. Um dann dran zu bleiben. Obwohl, jetzt könnte es fast funktionieren. Ne, da noch DRS. Teamkollegen aus dem Rennen. Alles klar. Also viele hier momentan, die ausscheiden. Fahr rein hinter mir. Hammond auf der 1. Spielt mir gar nicht in die Karten. Also jetzt ist schon Platz 4 Pflicht. Egal was passiert. Egal wie viel Verwarnung ich bekomme. Platz 4 muss Pflicht werden. Zeit, letzte Runde. Zeit, letzte Runde. Klar, Boxenstopp in dieser Runde. Alles klar. Also warum, man spät sich gerade mal gemeint, und nicht mehr das volleste Bild zu sein. Also minimiert auf gut Deutsch. Ja, und das bringt dann eine richtig aus dem Rhythmus wieder raus. Keine Ahnung warum. Hier ist irgendwie was passiert. Hier ist grüne Flaggen. Wahrscheinlich wegen Bottas. Er musste oder ist ihm jemand reingefahren. Kein DRS, okay. Oder ist offline. Also bei dem Rennen geht's ja alles schief. Hammond muss noch mal rein und die beiden Red Bulls auch noch. Und wir auch noch. Fahrer hinter mir. Warten hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 7,9 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir verboten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,7. Fahrer. Ich sag, er geht alles von Tauern drüber. Fahrer vor mir. Rekord liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,2 Sekunden. Sie bauen ihre Führung auf 6 Zehntel pro Runde aus. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,0. Okay. Zeit, letzte Runde. Die letzte Runde lag bei 1,40. Ich kann doch noch mal mit Supersoft fahren. Wäre auch noch eine Alternative. Treibstoffinfo. Für etwa 27 Runden sollte das Benzin noch reichen. Wir liegen etwas über dem optimalen Benzinstand. Die Benzinlast ist ein bisschen zu hoch. Einen angefangenen Satz habe ich nämlich noch. Nächste Zeitstrafe. Oder auch nicht. Oder hat er mir schon eine reingedrückt, von der ich nichts weiß. Der Abstand zum Vordermann beträgt 0,8 Sekunden. Das kann auch sein. Das räuchte ich dem Spiel nämlich auch zu. Fahr rein hinter mir. Button liegt hinter dir. Er ist gerade zum Boxenstopp gefahren. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,1. Fahr rein hinter mir. Das ist Fettel hinter dir. Oder Alonso. Einer von den beiden. Ach Gott. Es fehlen. Beträgt 23,2 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,43,3. Das ist jetzt die Frage hier. Oh, was für ein Überschuss. Fahrer vor mir. Das Problem ist, ich muss den Vorsprung auf die Beine herausfahren. Das ist mein Problem. Hey, bin in der Box. Regenschauer würde ich mir jetzt schon noch gerne wünschen. Skate ist Konkurrent. Gut, der Vorsprung stimmt natürlich nicht. Aber wir fahren hier vorne in unserer eigenen Liga. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 0,6 Sekunden. Aktuell würde er Hamilton gewinnen. Frau, es ist ja passiert nicht doch irgendwie etwas. Ja. Wenn du so weiter fährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Fahr rein. Das ist ja hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 21,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Ja, soft. Range-Strategie. Wir machen heute noch ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Beim Boxenstopp-Fenster ist in sieben Runden geöffnet. In sieben. Treibstoff-Info. Wir haben noch Benzin für etwa 24 Runden. Wir haben etwas mehr Sprint als geplant. Wir können etwas Sprint verheizen. Okay. Da könnte man überlegen, nochmal mit den Superstubs zu fahren. Die bauen hier nur 3% pro Runde ab. Im schlimmsten Fall 4. Dann würde ich dann nur den angefangenen Reifensatz nehmen. Nehmen wir aus Q1. Ach, das ist doch schon uralt. Das ist lächerlich gewesen. Gut, aber das wird die zweite sein. Selbst wenn es die dritte ist, ist es hier wichtig. 0,9 Sekunden. Weil besser als vierter werde ich hier nicht. Außer alles schaltet einer aus. Also wenn Hamilton ausschaltet, würde ich mich am meisten freuen. Weil das wäre auch eine kleine WM-Vorentscheidung, wo ich den dritten Platz nämlich erbe. Weil Rosberg ist raus. Und wenn ich vierter werde, sind es 12 Punkte. Dann hat er die 50 Punkte. Und schau jetzt weg. Und der Hamilton 13 Punkte gut macht. Dann hat er 14 Punkte Rückschnitt. Und dann geht es in Mexiko noch mal Schadensbegrenzung. Also zwei Rennen habe ich noch mit Schadensbegrenzung. Mexiko und Abu Dhabi. Brasilien weniger. Brasilien muss ich eigentlich gewinnen. Weiß nicht komisch, aber das muss ich gewinnen. Diese Zeitschrafen bringen halt die WM komplett durcheinander. Das wird so ein bisschen eindeutiger aussehen. Kann man auch immerhin mal ein bisschen untersteuern. Mit der Kurve. Okay, der biegt ab. Ein Vordermann hat weniger als eine Sekunde Vorsprung. Versuchen wir mit DRS vorbeizukommen. Klar, man könnte auch riskieren, damit durchzufahren. Boah, schafft der Reifen nicht. Helmet gibt richtig Gas. Zeit, die letzte Runde. Okay, die Zeit der letzten Runde war 1,40,2. Eine Sekunde. Das ist jetzt nicht die Welt. Das gibt keine Verwarnung. Also, das ist zum Beispiel echt komisch. Fahr rein hinter mir. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Okay. Den seht ihr noch mal. Ja klar, mit Supersoft auf jeden Fall. Okay, der Wagen hinter dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Der ist vor Hamilton rausgekommen. Respekt. Was geht zwar nicht so ganz, aber hey, nehme ich dankend an. Gut, das war es, der mich echt mitzieht. Mit dem DRS hier. Also, die Pace stimmt. Das gibt Hoffnung. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Zeit jetzt der Runde. Sehr schön. Eine Minute. 39,6. Fahr rein hinter mir. Alles klar. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 14,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen super weichen Reifen. Wir verboten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,38,6. Ja gut, wenn ja noch ein Stopp. Ja gut, ich muss sechs Sekunden drauf addieren. Bei mir. Dann sieht die Geschichte wieder anders aus. Dann sieht die Geschichte wieder anders aus. Ich will fast Stopp eigentlich gar nicht überholen. Zum einen wundert mich meine Pace. Gut, ich weiß hier auch hinter der KI her. Das reicht immer noch für, dass der ist. Okay. 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 30 bis her nur vorne. Fahr rein hinter mir. Zeit, letzte Runde. Okay. Die Zeit der letzten Runde war 1,40. 40,8. Bitte, was? Ich kann fast stoppen vorbei. Der wird mir zu langsam. Meine Reifen sehen auch super aus. Zeit, letzte Runde. Okay, die letzte Runde lag bei 1,39,7. Dann trauen wir natürlich beide Wettbewerbs noch zu schlagen. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung drei fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Fahr rein hinter mir. Verstappen liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,6 Sekunden. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,8. Skaldus Konkurrent. 39,5. Zeit, letzte Runde. Ja, es wird zu langsam. Wenn er eine Sekunde wieder aufholt, Mann. Ich schau mal gleich mal ganz kurz was in der Rennleitung nach. Nicht, dass mich das Spiel doch... Die Motorleistung fällt geringfügig. Leichter Verschleiß am Motor. Alles klar, danke. Nicht, dass mich das Spiel da irgendwie was in die Safety-Phase reingedrückt hat. Das war mir halt jetzt mal wichtig. Nein. Nein. Zeit, letzte Runde. Okay, die letzte Runde lag bei 1,40,4. Treibschkopf-Info. Wir haben noch Benzin für etwa 16 Runden. Wir haben einen kleinen Benzin-Überschuss. Fahrer hinter mir. Zeit, letzte Runde. Die letzte Runde lag bei 1,40,4. Im Rennen voll da. Das ist zum Beispiel auch gut eigentlich für Mexiko. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Verstappen ist abgewogen. Fahrer hinter mir. Riccardo hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 7,7 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,4. Boah, ich hab wieder eine blöde Verwarnung erhalten. Diese Verwarnung, das hat sich halt auf dieser Strecke leider so schnell. Weil es in jeder Kurve passieren kann. Was in jeder Kurve passieren kann. Treibstoffinfo. Etwa 15 Runden kommen wir mit dem Benzinloch raus. Wir liegen etwas über dem optimalen Benzinstand. Die Benzinlast ist ein bisschen zu hoch. Also Riccardo wird auch nochmal reinkommen. Jetzt müssen wir den Supersoft aufziehen. Ich glaube, das Konkurrent. Luis auf P3. Der Abstand beträgt 12,4 Sekunden. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,1. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,40,6. Ah, ich werde zu langsam. Das Safety Car zum richtigen Zeitpunkt wäre gut. Deswegen ich einfach noch draußen bleibe. Fahrer hinter mir. Riccardo liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 6,5 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stock haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,3. Schade, dass ich nicht einfach was Dappen fragen kann. Echt. Medium war für keine Option. Und nächste Zeitstrafe. Damit haben wir 9 Sekunden. Holter! Komm, ich fahre rein. Aber das waren jetzt zwei unnötige Verwarnungen wieder. Konzentration sowas von am Arsch. Aber das ist auch ein Grund, warum ich USA nicht mehr wirklich mag. Dieses, oh, du kannst überall abkürzen. Und da gibt es so Stellen, wo du das locker dir erlauben kannst. Und aber einigen Kurven gar nicht. Gut, dann sichere ich jetzt den vierten Platz ab und fertig. Dass ich quasi 9 Sekunden vor dem fünften Vorsprung habe. Selbst ein Safety Gas, tödlich. Vierten Platz safe, nach Hause fahren und Punkt. Deckel auf das Rennen drauf machen. Sagen, okay. 13 Punkte Verlust. Tut nicht weh. Nicht zwangsweise, weil es mir hier bewusst war. Genau wie in Abu Dhabi. Das sind einfach zwei Schrecken, wo du genau weißt, da kannst du es dir reindrücken. Mit den Verwarnungen. Los, 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 los. Die sehen fast neu aus. Verstappen 37, 8. Die angefahrenen Reifen sollten schneller Gummi ablagern, also kannst du früher Gas heben. Wie viel haben die runter? Warum haben die so viel runter? Range-Krategie. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 super weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,37,8. Skalos Konkurrenz. Löst derzeit auf P2. Der Abstand beträgt 9,9 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,37,8 Sekunden. Komm, was darf nicht, kriegst du noch. Komm. Gib Gummi. Hol ihn dir. Wie geht'sst du noch? Hopp. Michael G Meinst du, ist klar. Fahr rein hinter mir. Ach, Gottes Willen. Ach, der macht noch einen Boxenstopp. Ja, okay, da mache ich mir gar keine Gedanken. Da mache ich mir keine Gedanken. Fahren wir jetzt die paar Runden hier noch schön, flockig, geschmeidig runter. Jetzt kommen wieder solche blöden kleinen Fehler drin. Also meine Konstruktion ist echt am Arsch. Ja, fettet keine weitere Strafe bekommen bei der Aktion. Gegen Hermitten finde ich persönlich richtig, weil die Strafe ist schon verhängt worden. Und heute kam mir nochmal die Diskussion auf Strafe, ja, Strafe, nein. Also vor allem, was hätte man ihn reindrücken müssen? Fette muss eine offizielle Entschuldigung an den Tag rücken. Also man hat es dann eigentlich so gehandhabt. Man hat quasi das mit Fette nochmal besprochen. Mit dem Teamchef, die da hat offengelegt, Stellungnahme bezogen. Und dann musste Fette halt die Entschuldigung abgeben. Ich glaube nicht, dass er das wirklich freiwillig gemacht hat. Glaube ich nicht. Der bat weiterhin auf seine Aussage, was ich verstehen kann. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist, dass da so ein großer Wirbel drum gemacht wird. Ja, also wegen so ein kleines Vergehen, was eigentlich aus reiner Sicht von außen nicht eindeutig ist. Also für mich ist die Situation leider nicht so eindeutig, wie das bei der FBA ist. Mit ihren Daten über die Autos. Das sieht auf dem Fernsehbild meines Erachtens immer noch anders aus. Ja, also für mich ist es nicht eindeutig. Ich weiß nicht, wie bei vielen anderen, ob die ihre Meinung mittlerweile geändert haben. Gut, man bleibt trotzdem immer bei der eigenen Meinung. Wenn ich nicht auf Gas und nicht auf Bremsisch gehe, dann bremst das Auto automatisch. Punkt. Und die sagen ja jedes Mal, Hamilton hat nicht gebremst. Klar, wenn er nicht aktiv nicht gebremst hat, mag das das eine sein. Will aber das Auto bremst, weil ich auch kein Gas gebe. Das ist wiederum trotzdem ein Bremsvorgang. Ja, also... Es ist nichts weiter passiert. Gut für die WM. Gut auch für die Formel 1. Das muss man auch sagen. Also, da hat man sich immer wieder hochgeschaukelt bei dem Thema, wo ich nur sage, lasst das doch den Fahrern. Und das sich ausmachen. Ja, in der MotoGP gab es da auch eine Situation am Sachsenring. Ich glaube, das war zwischen Inialis und wer war der zweite? Marquez. Da gab es auch eine Diskussion. Da hat auch einer von den beiden einen Bodycheck gegeben auf der Rennstrecke. Und die Fahrer haben das doch noch selber ausgemacht. Also, so konnte man das ja bei Vettel auch beschreiben, ja. So ein Bodycheck gegen den schärfsten Verfolger. Also, ja, ich sage jetzt mal lächerlich. Ja, lächerlich. Also, lächerlich, mit welchen Themen sich die Formel 1 teilweise wirklich rumschlägt. Ähm, man hat hier noch eine Vorbildfunktion in den Raum geworfen, die Vettel als Spitzensportler, äh, antritt quasi oder ausübt auf, äh, jüngere Fahrer. Ja, ich mir dann teilweise nur mein Teil dabei denke. Ja, Vettel muss ein Vorbild sein. Ja, der FIA, bitteschön. Also, da müsst ihr auch ein Vorbild sein. So, ganz klar signalisieren. Disqualifikation, wenn euch das so eindeutig ist. Disqualifikation kam nicht. Also, dann wäre es die FIA dann nicht konsequent bei der Geschichte. Oder die Sache ist doch nicht so eindeutig, ja. Äh, wie es den Anschein hat. Also, das wirkt für mich die FIA immer unglaubwürdiger, was sie sowieso bei mir mittlerweile eh geworden ist. FIA macht, in meinen Augen, mittlerweile sehr viele Fehlentscheidungen. Auch mit den Rennstewards jedes Mal. Also, die Formel 1 bewegt sich für mich in, äh, Interesse, wo ich sage, es schwinden. Es schwinden, es schwinden, weil viel, viel, viel Politik da noch dahinter ist, ja. Also, wir brauchen hier nicht über eine Vorbildfunktion reden, für junge Fahrer. Äh, bei den Emotionen, da geht es um einen WM-Titel. Fahrer hinter mir. Rekado hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,5. Her halte ich eh nicht. Sie fahren mit alten Super-Weichenreifen. Mir kann ich auch vorbeilassen, wenn es sein muss. Ja, weil ich mir jetzt lieber hier aufs Quatschen berede. Weißt du, ob sie sind zwei Körner, der habe ich auch schon abgeschlossen hier. Fahrer vor mir. Ja, Rekado ist deutlich schneller. Der will doch gleich ansetzen. Komm, fahr vorbei, da habe ich ein Problem weniger. Weil ich will jetzt, weil es bringt nichts, die Zeitschrafe. Fahr vorbei. Hamilton wird nur zweiter Verstab auf der 1. Also, gut, dann verliere ich hier nur 8 Punkte. Ach nee, Quatsch, 6 Punkte. Fahrer hinter mir, das ist mir viel, viel wichtiger. Du bist auch so einer, ey. Fahrer hinter mir. Zeit, letzte Runde. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,6. Also. Da kann ich das hier gemütlich angehen lassen. Wobei ich jetzt schiengeblieben bin bei der Diskussion nochmal. Ja, genau wie lächerlich das mittlerweile ist. Genau da war ich schiengeblieben. Also wirklich, wenn so eine Situation eindeutig ist und man das nicht tolerieren kann, Disqualifikation während eines Rennens. Wenn es eindeutig ist. Nur komischerweise ist es für die FA auch nicht eindeutig, obwohl sie die Daten haben. Also. Dann frage ich mich, warum zögert man? Warum kommt dann überhaupt dieses, ja, nachdenkliche einer, einer, einer nachfolgenden Strafe? Habe ich auch nicht verstanden. Also eine nachträgende Strafe, oder eine nachfolgende Strafe, kommt eigentlich bei mir nur in Betracht. Ähm. Wenn ich auch disqualifiziert werde. Also die schwarze Flagge bekomme. War nicht der Fall. Also. Es ist so gesehen die letzte Verwarnung für Sebastian Vettel. Ja. Er kann sich sowas nicht mehr erlauben. Und er wird sich das wieder erlauben können. Denn jedes Mal redet man von, man möchte Helden auf der Strecke sehen. Und die sehe ich halt einfach nicht mehr. Also wenn man sowas dann so dermaßen wieder einschränkt, ja. Dass man Emotionen quasi verbergen muss. Und die kannst du irgendwo auch nicht als Spitzsportler, äh, verbergen. Das geht nicht. Weil Vettelsicht wird immer die gleiche bleiben. Er hat ein Projekttest durchgeführt. Und damit wird sich das mal verneinen. Ich sag auch jedes Mal, der Weg ist falsch gegangen. Den, oder die FIA hat den falschen Weg direkt eingeschlagen. Punkt. Da bleib ich auch knallhart und skandfest dabei bei der Aussage. Dass man das in meinen Augen auch vergeigt hat. Seitens der FIA. Dass man das nicht nach einem Rennen besprochen hat. Beide Fahrer sichten sich angehört. Dass dann eine Entscheidung getroffen hätte. Und das Thema ruhen lassen. Nein, man macht da noch, äh, über eine Woche Diskussionsstoff auf. Ja. Also es ist, es ist und bleibt weiterhin Gesprächsthema. Und das finde ich so schlimm. Ich finde das teilweise extrem schlimm, dass man dann über sowas diskutieren muss. Ja. Dass das quasi das Gesprächsthema ist. Ja, anstatt, dass man quasi Daniel Ricciardo zum Beispiel feiert als, als, ja, Überraschungssieger in Aserbaidschan. Oder Lance Stroll auf Position 3. Das haben die Elbtische wieder vergessen. Und zwar, weil quasi so eine große Unsportlichkeit von Vettel im Rauben steht. Wo ich dann jemals sage, war es Absicht, war es nicht Absicht, du kannst es ihm nicht beweisen. Und das ist das größte Problem, du kannst es ihm nicht beweisen. Ähm, ob es absichtlich war oder nicht. Und deswegen wahrscheinlich auch nur diese milde Strafe, weil die F.I. ist in der Beweispflicht. Äh, sonst geht da Ferrari vor und Ferrari auch vor. Und Vettel sowieso. Und dann geht das Thema sogar noch weiter. Für mich kann das auch mittlerweile auch der Entschluss sein, dass sagt, wenn Vettel den WM zuholt mit Ferrari geht, dann geht das in Formel 1. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Und dann geht ein viermaliger Weltmeister und, ja. Dann sehe ich aber im deutschsprachigen Raum ein kleines Problem. Ja, viele mögen Vettel. So, und welchen Grusen in Deutschland hast du denn dann noch? Ja, als Fahrer. Ja, das ist... Also, soweit könnte ich es mir mittlerweile auch vorstellen, dass Vettel dann irgendwann sagt, dass der was leckt ist. Hört sich hart an. Ist aber dann irgendwo so. Weil er hat ja auch damals bei einem großen Preis von Mexiko Charlie Whiting beschimpft. Also, er ist nicht wirklich zufrieden mit den, auch mit den teilweise Entscheidungen, die da oben getroffen wären. Ich auch nicht. Ja. Lass die Fahrer fahren, lass die Fahrer zeigen, was sie wollen. Ja, es ist völlig, ist es nichts passiert. Ich hätte es verschaden, wenn Vettel da durch den Helmhänden rausgekegelt hätte und er hätte selber weitergefahren. Aber ob wir nicht diskutieren. Schwarz. Ja. Ja. Schwarz. Da geht es nicht auf Absicht oder nicht. Das ist dann... Das ist dann wirklich unsportlich. Aber es ist nichts passiert. Also, Glück im Unglück, so nach dem Motto. Ja, und dann muss man doch noch weiter diskutieren. Ja. Musste das wirklich sein oder nicht? Aber es ist nichts passiert. Gerade an der Rad sieht man mal gerne. Ich sehe es gerne, dass der eine mal den anderen so ein bisschen in die Karre reinfährt. So nach dem Motto, die lassen sich nicht alles gefallen. Ja. Also quasi der Vettel lässt sich das nicht gefallen. Der Abstand zufrieden beträgt 17,3. Los. Genauso auch umgekehrt, ja. Das finde ich eigentlich schön, ne. So ein bisschen an Prost und Senna. Ja. Die haben sich auch nichts gefallen lassen. Hatten kreuzigem Respekt auf der Strecke. Also, jeder kann es dann gerne auch anders sehen. Nur ich möchte, dass die sich auf der Strecke begegnen. Und das ist irgendwie auch so ein Fingerzeig der FAA, wo man wieder sagt, man lässt die Fahrräder doch wirklich freien Lauf beim Rennen. Man mischt sich dann doch wieder mal ein bisschen zu viel ein. Ja, gemein mischt sich viel ein, die FAA. Vier Runden noch. Die reifen halt ja locker. Skatis Konkurrent. Jawohl, Festappen gewinnt. Nice. Fahr rein hinter mir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 23,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,2. Also, meine beste Sektorzeit im Schlusssektor bin ich ja mal gespannt, weil ich verbessere mich da jedes Mal. Also, ich rate hier echt rein, USA mit Cockpit zu fahren. Du bist deutlich langsamer. Du siehst so viele Schaltepunkte nicht. Wie gesagt, wir nehmen Platz 4 mit. Einer, der nicht ausschalten darf, ist Verstappen. Der Rest gerne. Ja, und wir holen natürlich auch auf mit dem, mit der Fahrzeugentwicklung. Wir nehmen den Abtrieb mit. Fahrer vor mir. Gut, wenn ich auch nicht mal im Limit fahre, musst du dich nicht wundern. Dass ich so viel Zeit verliere. Das war ja gemütlich gerade. Zeit, letzte Runde. Die letzte Runde lag bei 1 Minute 39,7. Nochmal Konzentration anstrengen. Also heute war ich echt nicht ganz wach. Guck mal, ob sich das morgen ändert. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Gott sei Dank. Ne, das Rennen ist krampft für mich jetzt leider auch gewesen. Deswegen bin ich froh, wenn die drei Rennen dann vorbei sind. Dann noch in Mexiko, Brasilien. Da will ich mich natürlich nochmal reinhängen. So ist es jetzt nicht. Reinhängen, das tue ich sowieso in jedem Rennen. Nur hier war aussichtslos. Und zwar wirklich aussichtslos. Der Safety Car kommt auch nicht mehr. Platz 4 safe. Platz 4 safe. Die Rennspeater hat mich da wieder mal überrascht. Ja. Und zwar im positiven Sinne überrascht. Fahr rein hinter mir. Zeit, letzte Runde. Ich fahr wie ein Scheiß zusammen, ey. Ich fahr auch wieder einen Scheiß zusammen. Der Kopf ist schon abgeschaltet. So, letzte Runde. Zeit, letzte Runde. 41 schießen. Das sagt alles aus. Mexiko müsste einfacher sein. In der Ansicht wieder. Also USA habe ich mir nicht so schwer vorgestellt. In der Cockpit-Perspektive. Gut, 11 Verwarnungen sprechen eine klare Sprache. Ja, das muss ich auch sagen. Der Ralf macht auch nicht mehr mit. Fahrer vor mir. Gib etwas mehr Gas. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 38,6. Würde er damit sagen. Glückwunsch an Verstappen. Der richtige Mann gewinnt hier das Rennen. Er hilft mir dabei. 7 Punkte, die Louis Hamilton weniger aufrückt. Nice. Glückwunsch an Hamilton zum zweiten Platz. Glückwunsch an Daniel Bekerle zum dritten Platz. Und ich gratuliere mich gleich selber zum vierten Platz. Nice. Durch den Ausfall von Rastberg und Bottas. Platz, Platz 4. Jawohl. Okay, großartige Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Red Bull hat heute einen großartigen Sieg gefallen. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die FDK-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben die uns immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least, können sie die Früchte der Arbeit kannten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Gut, die schnellsten Rennrunden sagen ja mal alles aus über die Pace von mir. Max Verstappen gewinnt von Louis Simon und Daniel Ricciardo. Das ist ein starkes Ergebnis von Verstappen. Auch diese 37.8. Hut ab. Wir haben am Ende auf der 4. Baden-Schkaka 5. Davon 11 auf die 5. Viertel 6. Alonso bleibt auf der 7. McLaren hier 4. Kraft? Fragezeichen. Quiert auf der 8. Palma im Renault holt Punkte auf Position 9 und Carlos Sainz auf der 10. Ausgeschieben sind 5 Fahrer. Bottas, Raikund, Beresko und Nico Rosberg. Insgesamt 11 Verwarnung müssten es sein. Ja gut, ich habe jetzt schon mal zwischendurch ja natürlich nachgeguckt. Ja. Boah. Okay, bis auf den Ausfällen ist hier wirklich nicht viel passiert. Aber die Highlights folgen. Und zwar jetzt. Die Highlights. Es gab ein paar Highlights. Besonders ganz viele Ausfälle mit Motorshawn. Das gab es. Fag war mit dem Skat aus der Sicht von Nico Rosberg. Der erst mal erst seinen Teamkollegen hier super ausbestimmt hat. Bis hin zur Kurve 1. Sam mit dem Skat nicht gut genug gewesen. Hier sehen wir es sogar noch ein bisschen besser. Kommt nicht wirklich vom Fleck. Denn Ricciardo behauptet dadurch auch die Führung. Ja. Wir gehen trotzdem mal ein bisschen in das Renngeschehen ein. Schadensbegrenzung erfolgreich. Im Nachhinein sage ich mir ein bisschen zu viele Zeitsstrafen kassiert. Mit 3 Stück an der Zeit. Selbst wenn es 2 gewesen wäre. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Wir haben ganz klar profitiert von den Ausfällen von Nico Rosberg. und meinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Der in Kurve 1 den Max Verstappen nicht vorbeilassen musste. Aber auch keine Position verloren hat. Sensationeller Skat vom Renault Fahrer. Und zwar von Kevin. Ne. Jordan und Palmer. Und zwar man sieht es hier so schön. Ne. Kevin Magnussen war auf der 10. Hihihi. Hier sehen wir schon wie weit innen. Und er nutzt das auch aus. Geht an beiden Ferraris vorbei. Und war somit schon auf Position 6. Ich war mir da ziemlich für 7. 7. Wir waren auf der 6. Ich war mir da ziemlich unsicher beim Reinschechen. Man sieht es hier sogar. Buttons noch ein besserer Skat hinbekommen als wir. Schipps da den schönen Alonso, seinen Teamkollegen an. Und da sieht man wie viel Platz da rechts eigentlich ist. Das hat mich gar nicht so eklatant stark wahrgenommen. Und der eine Ferrari von Sebastian Vettel, der verliert hier ordentlich Positionen. Andere Szene. Und zwar Runde 3. Sergio Perez. Der dreht sich da fast weg. Fährt dann in seinen Teamkollegen Nico Hülkenberg rein. Auslöser dafür. Vor der Links bleibt das Ratsch gehen. Also ein Verbremser. Er will zurück. Und da ist auch sein Teamkollege. Und da hat er sich auch sogar den Frontvögel leicht beschädigt. Die Aktion ging dann eine Runde später weiter. Diesmal Kurve 1. Das gleiche Spiel geht zurück auf die Ideallinie. Und da kam ein Sauber von hinten an. Also das ist auch eine Kleinigkeit, die die Kaino wieder lernen muss. Aufpassen beim Zurückfahren auf die Ideallinie. Denn Philippe Nase... Ne, Markus Eriksson fand das nicht so toll. Denn damit war sein Rennen auch ruiniert. Sprich, wörtlich. Kommen wir nun, glaube ich, zur interessantesten Szene. Und zwar bei mir. Und zwar das Manöver gegen Max Verstappen. Max Verstappen und Louis Salmon in Kurve 1. Wenn ich mir das von der Außensicht angucke, hat er aber Louis Salmon sehr gut reagiert. Das war die typische Drive-Bomb von mir. Und zwar wirklich eine Drive-Bomb. Also anders kann man das ja schon gar nicht mehr einsortieren. Wir schauen uns das mal aus meiner TV-Sicht an. Ich rutsche ein bisschen zu weit raus. Ich war mir nicht so ganz sicher, wenn man da sogar in die Seite reingefahren ist. Das war Max Verstappen. Hier sehen wir es klar vorbei. Dann wähle ich den weiten Weg. Max Verstappen innen. Ja, und dann berühren wir uns am Ausgang halt der Kurve. Ich komme von außen. Er kommt halt von innen. Und hier die Sicht von Louis Salmon, der hier echt Platz lässt. In echt hätte das hier gekracht. Da wäre ich mir ziemlich sicher. Aber trotzdem, ganz fair war die Aktion nicht. Sieht aber aus der Cockpit-Perspektive, sah das deutlich schlimmer aus. Echt deutlich schlimmer. Ich weiß nicht, wie ihr das fandet. Ich fand das auf jeden Fall so. Dann ging die Pannenserie los. Nico Rosberg, das haben wir sogar vor uns gesehen. Motorschaden Nummer 1. Auslöser für die erste Safety Car. Und einzige Safety Car-Phase in diesem Rennen. Die wir dann natürlich auch genutzt haben für einen Boxenstopp. Weiter ging es dann mit Roman Grosjean. Und der hat eigentlich die Safety Car-Phase ausgelöst. Da war ja was. Rosberg hat die virtuelle Safety Car-Phase ausgelöst. So muss ich es richtig beschreiben. Und ja. Safety Car und Sergio Perez. Ich weiß nicht, wie man sich da einen Totalschaden holen kann. Das war auf jeden Fall der Grund für den Ausfall von Sergio Perez. Hammer, hammer hart, oder? So, Restart. Und wie gewohnt beim Restart geht irgendwo ein Motor hoch. Das ist ja auch mittlerweile das Standardprogramm. Und diesmal war es bei Kimi Ralkön. Und zwar direkt hinter uns. Dann setzten wir an gegen unser Teamkollegen. Wir auf neuen Softs. Er auf alten Super Soft. Das hat sich aber irgendwann schnell erledigt mit ihm. Denn er hat auch irgendwann den Motor schaden bekommen. Und das war direkt nach seinem Boxenstopp. Also sehr, sehr zeitnah, nachdem wir ihn überholt hatten. Was gibt es noch zu sagen? Überholmanöver gegen den führenden Max Verstappen. Mit einer Überrundung dabei. Das war auch nochmal ein schönes Überholmanöver. Ja, und damit kommen wir jetzt zum wichtigen WM-Skand. Da waren es noch 21 Punkte Vorsprung auf Lois Hammond. Und 50 Punkte vor Diko Rosberg. Die drei, beziehungsweise die beiden. Und wir können noch Weltmeister werden bei drei ausgehenden Rennen. Können fast Dabu und Ricardo es nicht mehr schaffen. Mit 86, beziehungsweise 87 Punkten Rückschand. Bottas hat es nicht geschafft, einen der beiden Ferraris zu überholen. Und hier kommt uns Wettbeau noch mal ein bisschen nah auf die Pelle. Mit vier Punkten Rückschand noch auf uns. Der Rest bleibt alles gleich. Kein gutes Reihenminimum, aber er reicht. Mit Platz vier kann ich damit doch zufrieden sein. Wir sammeln natürlich dicke, fette Ressourcenpunkte ein. Und zwar, na gut, es geht. Gut, es sind noch 112 Punkte. Dann gibt es noch die sogenannten Bony-Punkte. Mit 84. Und die Realität, ja, ist eindeutig. Dankeschön. Jawohl, danke. Lewis Hamilton gewinnt natürlich das zweite Mal. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Hier klettern wir aber, und das ist das Wichtigste, wieder auf die 10. Da, wo ich hingehöre. Hamilton viel geschlagen, aber die Fahrermeisterschaft bleibt noch vorne weg. So, nehmen wir noch die restlichen Karrierepunkte mit. Das werden nicht viele sein, das werden unter 10.000 sein. Ja, dankeschön dafür. 8.000 ist es wenig. Wir haben eine Voicemail. Hi, Emma hier. Ich habe heute mit ein paar Managern über deinen Fortschritt gesprochen. Kurz gesagt, sie sind begeistert. Weiter so. Ja gut, gibt es da ein Sponsorenangebot irgendwo dermaßen? Wir haben den Abtrieb vorangebracht für den großen Preis von Mexiko. Sponsorenbonus. Deine Leistung auf der Schrecke ist nicht unbemerkt verbleben. Die Teamsponsoren haben mehr investiert. Hi, wie geht es dir heute? Das verbesserte Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Und der Sponsorenbonus tut uns auf jeden Fall gut. Abtriebsschule für 4 erreicht. Was hat die Konkurrenz gemacht? Fast in ja, Motorleistung, Benzin und Luftwiderstand. Der Rest hat nichts gemacht. Das heißt, so langsam könnten wir doch nochmal eine Gefahr werden für Red Bull und Mercedes. Das sieht gut aus. Denn wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen weiterentwickeln für Brasilien und vor allen Dingen auch für Abo-Dame. Ich hoffe, euch hat das Rennen gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen, mit einem Daumen nach oben schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Formal 1 2016 bei der Profi-Kalgera.